Wenn nicht, müssen wir hier halt auf der Straße lauern und warten, bis ein Golem nach dem anderen kommt und stirbt. Also gehen wir wieder hier unten auf die Hauptstraße zurück. Es gibt eine schutzbarriere um die Grafjahr. Die Dwarf nehmen gut um ihre Todes. Um den Friedhof vor der Schutzbarriere zu richten. Die Zwerge passen gut auf ihre Toten auf. Ich kann hier also wahrscheinlich noch nichts tun. Die Zwerge marriagesuell! oder down with humans it's great luck to come by such a monster and necromancers dream So, was macht der Zahn des großen Drachen? Also ja, jetzt haben wir zwei kriechende Tode. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen abwarten und Golems jagen. Gibt's da hinten noch was interessantes? Ne, da ist nur der Wirbel. Da ist die Menschenschenke. Da wäre die Menschenfestung. Ah, da ist noch der einzelne Zwergenkrieger, den wir vorhin übersehen haben. Menschenkarawane. Also ja, die Dinger sind böse. Leider nicht ganz so böse wie die dunklen Krieger, aber trotzdem noch böse genug. Hier ist meine Nekropolis. Nekropolis, Nekropolis und das ist, ja, das andere Zeugs. Wie gesagt, jetzt müssen wir... Oh, Bomben tun weh. Oh, die können vergiften. Ja, da läuft die Menschenkarawane rum. Ja, da läuft die Menschenkarawane rum. Ja, da läuft die Menschenkarawane rum. Also ja, die Festung müssen wir erstmal noch meiden. Sonst haben wir nur Probleme. Ich frage mich aber gerade, wo und wann das nächste Mal wieder ein Golem auftauchen wird. Ah, Bingo. Die kommen also doch aus der Fabrik, die Golems. Aim for the head! Yes! We are the true masters. They won't get away. Yes! We are the true masters. Your order will do our best. No one can compare with us. Your wish is our command. Your wish is our command. At your service. Your wish is our command. I'm right! So, das war der zweite. I know this place. Das heißt, wir sollten wirklich vor der Golem-Fabrik lauern. Und darauf warten, dass da Golem-Truppen rauskommen. Gibt uns übrigens auch viele Erfahrungspunkte. Und ich werde wahrscheinlich eh mal... Die habe ich schon freigeschalten. Hier ein bisschen umdisponieren. Was Zauber angeht. Also ja, den lernen wir auch mal. Jetzt haben wir alle, bis auf den obersten, den Großmeister-Zauber. Und ja, um an den zu kommen, müssten wir... Das auf 4 bringen und das auf 5 bringen. Was etwas dauern könnte. Ah, der nächste Golem kommt schon. Oh ja, wenn man Zombies sieht, dann... Sammelt Informationen über die Zwerge. Das war unser letzter Save. Und alles ist noch da, Gott sei Dank. Das heißt, wir dürfen alles nochmal machen, weil ich verkackt habe. So. Das heißt, erst mal die Golems hier vernichten wieder. As you please. Eyes right. We can do it. Together. Together. The master Enchantress is here. It's important to make a sound. Yes. As you please. As you please. So. Jetzt übernehmen wir hier mal wieder die Toten. Hier kommt eine Goblin-Karawane durch. Das ist allerdings nicht von Relevanz. Damit wäre einer schon mal weg. Ja. Also definitiv nicht mehr die Zwerge in Untote verwandeln, während die Elfen dabei sind. Das bringt Unglück. Die Drachenzahn und die Monster einsacken. Oh. No one will escape. The master Enchantress is here. Eyes right. Aim for the head. As you please. Oh. Die Goblins da, die uns in den Rücken fallen, ist auch nicht gut. Ja, das kennen wir auch schon. Yes. I know this place. I know this place. So, jetzt habe ich wieder meine... Blösen Bestien, die nicht da rankommen. Your wish is our command. It's important, not to make a sound. As you please. It's important, not to make a sound. So, dann warten wir auf die nächste Welle. Da kommen sie schon. Dem Golem kann ich aber eine solche verpassen. Wir zwergen so eine. Yes. We can do it. Together. Yes. Aim for the head. At your service. Your order is clear. Your order is clear. Yes, my lord. We'll do our best. Und ja, ich werde das mit denen hier, mit den Elfen, so lange ausnutzen, bis wir die Festung stürmen müssen. So, das ist meine andere Armee hier drüben. Da kommt wieder so einer. Das Ding haben wir schon zerstört. Habt ihr jetzt den Drachenzahn oder habt ihr ihn nicht? Ich würde sagen, ihr habt den Drachenzahn. Gut. So, wir brauchen noch zwei Antriebe. Necropolis, Necropolis, Kettenpanzer. Ja, ich wollte ja eigentlich im Zauberbuch das hier... Verletzt alle lebendigen Krieger. Das ist immer gut. Hätten wir hier noch was. Berserker, brennender Boden, Feuer, Dämon wäre halt auch nicht schlecht. Ne, packen wir mal die bessere Heilung noch gut rein. So. Oh, jetzt kommt eine große Armee. Hier. Ja.